Musik 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 Was machen wir denn jetzt? Da sind Zombies Hm Ja Wie machen wir das jetzt? Alles was wir jetzt nicht brauchen Musik 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 3 3 5 1 1 1 1 Und jetzt... Das ist... ...zumachen. Jetzt haben wir es. Ich brauche es immer wieder falsch. So ist es. 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 No. No. I'm so scared. So ist es. Scheiße. So ist es. So und ja hallo. Ja. Wegen 1 geht. Ja. Da habe ich zwei genaue Pfeile getroffen. Ich würde sagen. Wir legen noch nicht auf. Wir gehen jetzt mal beide in Game Mode. Damit du meine Barry also das von mir zeigen kannst was ich gebaut habe. Und damit ich schauen kann was du gebaut hast. Damit die Zuschauer das sehen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen XP sammeln. Weißt du. Ja dann habe ich dich voll geil da gesehen. ne. Also ich zeig dir jetzt mal meine Taktik. Ja ne du zeigst mir keine Taktik. Am besten ist du machst einfach gar nichts. Ich guck das hier nach was ich. Alter was der hier drin hat. Wieso hast du deinen Bogen und dein verzaubertes Eisenschwerter drin. Wenn ich rausgehen wollte wegen dem. Scheiß. Was ist das. Ach so. Ach so. Warte hier. Ähm. Mhm. Wo waren dein Haus oder deine Map? Ähm. Ich würde mal in die Luft gucken. Das ist mir. Du musst das machen auch. Wo waren deine Luft? Das ist mir. Das ist mir. Ich würde da bestimmt hin dir oder so freuen. Äh. Nö. Kommst du da drauf? Es regnet fröhlen. Na ja. So du. Speck. Das stimmt. Dreck. Da würde ich sagen das war Battle Season 1. Wir freuen uns. Was sind? Das heißt du hast die ganze Zeit hier oben gegammelt? Ja. Ohne eine Leiter? Ja. Dann hast du auf mich gewartet. Nö. Mich gewartet bis ich hier meinen Posten und sie aufgebaut hab. Aber na ja. Das war's mit Battle Season 1. Wir freuen uns dass ihr das geschaut habt und die nächste Season wird auf jeden Fall mit Niklas. Also die wird zu dritt. Vielleicht auch sogar zu viert. Ich bin mir noch nicht sicher. So dann würde ich mal sagen das war's dann. Bis zum nächsten Video. Whatever. Bis dann. Wir gucken uns nochmal an. Naja von mir dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja guck mal. Komm mal her. Was willst du mal? Hier oben bin ich. Hinter dir. Was? Komm mal her. Ich lass dich mal auf nur Redslo. Danke dass ihr die Feier folgen alle zu Ende geguckt habt. Und ja. Danke. So. Nee Spaß. Bis zum nächsten Video. Und von mir ein. Ciao. Ciao.